hallo und herzlich willkommen zurück zu disney dreamlight valley ja in der letzten folge haben wir rapunzel und gaston ins boot geholt und wir sind nun alle endlich bereit um in den ruinen weiterzumachen rief ist auch hier sprich mit deinem team in den uralten ruinen okay fangen wir mal mit ihm an also gut bist du bereit aufgabe gehen die nordkammer und versuche den uralten computer zum laufen zu bringen ich treffe dich dort und da saust sie weg das finde ich dann immer so süß wenn sie dann so am fliegen ist nur nicht wenn sie dann so nach oben weg fliegt und man nicht mal mit ihr reden kann bist du bereit schöne musik zu machen sowas von bereit wohin muss ich gehen was muss ich machen warte einfach drüben in der ostkammer auf mich ich treffe dich dort super ich schaue mir die noten an und fange an mich aufzuwärmen das war jetzt nicht gut mit meiner stimme die ständig im abbrechen ist ich weiß okay gaston bist du bereit der held zu sein der die insel den die insel der ewigkeit braucht ich wurde geboren um ein held zu sein schon in der wiege ließ ich meine muskeln spielen und spuckte wie ein wie wäre es wenn du da drüben in der westkammer angibst wir treffen uns bald dort gut aber lass mich nicht so lange warten ich bin immer am beeindruckendsten wenn ich publikum habe ich bin fertig mit dir ja das will ich hoffen aber du kommst immer wieder zurück triff eve in der nordkammer ach so ich dachte wir müssen jetzt mit merlin noch was besprechen so ive hast du schon was rausgefunden hallo was ist los die konsole lässt sich nicht einschalten nein oh ich schätze wir müssen die stromversorgung wiederherstellen es sieht so aus als gäbe es hier ein paar leere stromanschlüsse und jetzt sagt mir bitte dass merlin ins spiel kommt vielleicht finde ich die energiespulen die da rein gehören hier gibt es wirklich eine menge trümmer oder kann ich das so machen ohne mit merlin zu sprechen wieso schwebt hier eigentlich geld rum so moment hier war auch was genau hier kann man das aufweg machen sehr schön kriegen wir doch bestimmt ja auch stein stein weil stein kann ich natürlich auch immer gebrauchen so hier haben wir schon mal einer nehmen wir den ganzen stein ja auch noch mal eben mit zwei sich viel aber ist das egal welche reinkommt denke nur sind alles die gleichen oder so machen wir das auch mal ein bisschen weg damit wir hier ein bisschen mehr freiraum haben zum bewegen es war jetzt noch hier das eine und ich glaube im nebenraum war noch so eine spule drin wenn ich mich richtig erinnere aber wie gesagt ich mache halt alles jetzt weg zum einen bekomme ich dann natürlich auch die das geht gar nicht okay zum einen bekomme ich dann natürlich auch die steine davon und zum anderen ist dann ja auch ein bisschen mehr platz dass man sich auch bewegen kann ich weiß nicht ob das immer so ist moment da kamen wir rein das heißt die kümmerung weg machen das können wir noch weg machen bei jetzt nur noch kieselsteine kommen keine steine mehr hier sind wieder steine okay so das könnte sein dass ich das später weg machen muss damit kann ich interagieren okay das will ich jetzt aber nicht vorgreifen hatte ich jetzt schon beide ich habe doch nur eine war nicht so bei ihr war mir noch nicht drin genau da war die wahrscheinlich hier drin oder ne moment hier war mir doch eben drin wieso finde ich die andere spule jetzt nicht werden die doch vorhin alle gesehen her bin ich jetzt ganz doof moment eine war hier eine war im nebenraum oder war die vorne ach ja 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 genau da waren doch zwei in diesen raum meine ich doch so haben wir noch was zum weg machen sieht nicht so aus okay dann wieder zu ich weiß nicht warum ich hier dauernd diese quest mit dem parks fest da kriege aber egal so eine spule sieht ja schon cool aus hier und noch eine spule so wie sieht es aus tritt auf die druckplatte hinter der uralten konsole um den strom wieder her so hier weil man das ja immer mit mehreren leuten machen muss nehme ich mal an können wir davon eigentlich moment ich würde mal gerne so gucken die kamera 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 ja perfekt würde ich mich gerne bild von machen weil das sieht ziemlich cool aus hier wie ich finde okay das erst mal weg okay die uralte konsole ist hochgefahren und bereit kannst du jetzt versuchen mit ihr zu kommunizieren um die falltür zu öffnen aufgabe es sieht so aus als hätte es funktioniert ive der weg zur falltür ist beleuchtet weg ist sie okay so sprech mit rapunzel es bleibt doch nicht immer überall hängen ja so was will sie sie hat wahrscheinlich jetzt nichts wie soll ich die denn aktivieren ich habe mir diese noten an der wand angeschaut game player im moment die die sie spielen irgendwie falsch es klingt nicht nach do remi sondern mehr wie du 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 für mich klingt das nach einer schönen melodie naja es braucht nur eine anständige harmonie die dazu passt ja ich glaube nicht dass das die lösung ist naja es braucht nur eine anständige harmonie die dazu hast ich glaube das könnte eine gute bassmelodie für einen satz akkorde sein aber ich glaube nicht dass das die lösung für unser rätsel ist mach dir keine sorgen ich werde es herausfinden warum nicht und hilfst gaston ich mache mir sorgen dass er dort in schwierigkeiten bringen könnte dass er sich dort in schwierigkeiten bringen könnte okay gut müssen wir den jetzt als erstes machen damit das bei ihr funktioniert ich weiß es nicht auch sie steht hier schon drauf gut also was das steht drauf da bist du ja ich sehe das heldenhafte podest auf dem ich stehen soll aber da sind diese ganzen trümmer im weg räume sie weg ja ich habe so habe ich einen weg für meinen aufstieg wäre es nicht heldenhafte sie selbst wegzuräumen ja aber nur wenn es unterwegs bis da zu besiegen gibt ich habe ein level abbekommen auf meine gut okay ich habe ja gesagt die kümmer bestimmt später noch weg machen und ja es ist tatsächlich so sehr schön die haben auch ein bisschen mehr hier sind auch wieder kieselsteine schade soll ich das hier sich das echt auch weg machen okay na gut ich stehe hier extrem heldenhaft aber es passiert nichts gegen leeren vielleicht bist du nicht heldenhaft genug ja das stimmt werde ich ihm aber jetzt nicht so direkt sagen vielleicht fehlt etwas ja das muss es sein es kann unmöglich etwas mit mir nicht in ordnung sein ja natürlich das habe ich vergessen eine heldenhafte gehilfen nimm das und stelle es auf das kleinere podest und ich habe mich schon den ganzen hat gefragt wann er lefou rausholt auf wieder auf welches also da muss man auch noch mal freiräumen ich habe ja gesagt nehmt lieber den halbgott aber sie wollten es ja nicht sie wollten ja lieber das da ähm so lefou ach so hier hinten sind auch noch mal trümmer da muss ich mich wahrscheinlich drauf stellen oder nehme ich mal stark an ja ja hat schon funktioniert hat schon funktioniert sehr schön muss ich mit dir mal reden was ist mit äh ach so käre zu rapunzel zurück ja ich wollte gerade sagen was ist denn mit rapunzel aber jetzt leuchten die auch weil er jetzt drauf steht okay ich glaube ich habe einen teil des rätsels gelöst geben kären es ist ein duett wenn du alle noten in der richtigen reihenfolge hast muss ich mich in den kreis stellen und sie singen du kannst die noten ändern indem du die knöpfe dort drüben drückt aber wir müssen noch die richtige melodie herausfinden irgendwo muss es doch einen hinweis geben ich werde noch einen hinweis suchen ich werde einfach an den hebel ziehen genau das ist wahrscheinlich das beste es gibt so viele kombinationen von noten die du zusammenstellen kannst um es anders zu machen ich liebe das an musik aber ich liebe es nicht wenn wir versuchen dieses rätsel zu lösen muss ich jetzt hier interagieren die musikwand ist eingeschaltet finde die richtige anordnung der noten heraus ja ich würde es jetzt einfach ausprobieren ach moment nee da ist nur eine note also eigentlich gibt es hier nicht irgendwo einen hinweis darauf sieht man hier irgendwo noten kann ich mit merlin sprechen oder so wer von euch könnte noten lesen beziehungsweise das heißt noten lesen es würde mir schon reichen wenn ich die noten irgendwo sehen würde oder es vielleicht eine melodie geben würde die man hört die man dann vielleicht nach gestalten kann da drinnen normal würde ich merlin fragen aber ich gucke noch mal eben hier irgendwo was sehen kann ich komme nicht so weit nach oben mit meinem blick es sah nämlich so ein bisschen aus ob das note sein könnte aber da oben vielleicht auch aber das sind keine noten das ist einfach nur ist denn hier vielleicht noch irgendwo was das muss ja normalerweise so sein dass man sehen kann also jetzt nicht irgendwie ganz oben in der ecke versteckt oder so nehme ich mal an hoffe ich zumindest kannst du bist hier schön denn uns bleibt nicht viel zeit ja was soll ich machen haha es muss irgendeinen hinweis auf die richtige reihenfolge der noten in der ostkammer geben ein hinweis in der ostkammer oder auf die noten der ostkammer weil weil zwei und drei also eins und zwei sehen für mich eigentlich gleich aus die gehen dann alle auf die gleiche die gleiche höhe hier gibt es aber keinen hinweis ah moment moment ah ich habe das hier aber noch nicht weggeräumt moment hat das damit zu tun ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gesehen ah ein notenblatt aber das machen wir auch noch mal eben weg hier ja perfekt also eins er soll das dazwischen sein oder ich denke mal eins zwischen den also über dem zweiten und dann auf 21 über den zweiten und auf zwei dass das wieder zurückgesetzt wurden eins über den zwei über den zweiten das war auf zwei sonst muss ich mir das nochmal angucken ja perfekt super und jetzt nochmal einmal um euch zu nerven nein einfach nur als erinnerung falls ich das mal irgendwie in den blog reinschreiben muss oder so beziehungsweise hochlade so aktiviere die druckplatte neben der musikwand um das duett zu beginnen das ist hier ne so lass mich bitte nicht singen weil meine stimme bricht ständig ab im moment gameplayerin ich glaube du hast die richtigen noten herausgefunden ich werde versuchen deine melodie zu singen das war's die falltür ist fast offen aktiviere die letzte druckplatte in der nähe der falltür dürfte dann hier sein die falltür ist offen wage dich durch die falltür in den unteren teil der uralten ruinen oh mein gott hm was das war das also gut ich kann es euch sagen auch wenn ich keine ahnung habe wie der name ist weil das ist ehrlich gesagt die erste disney figur die niemand kannte und ich auch nicht kannte und mir keiner den namen sagen konnte irgendwo stand der mal online aber ich habe ihn vergessen ehrlich gesagt so machen wir hier mal ein bisschen klar schiff das ist auch noch weg können wir das auch noch weg machen ja ist das jetzt ein neuer eingang oder ist das einfach nur zum zum weg machen ja scheint nur zum weg machen zu sein ne okay da hinten geht es noch weiter sammeln wir natürlich trotzdem die sachen ein so machen hier auch mal vor allen dingen bisschen klar schiff ne sieht ja sieht ja schlimm aus hier mit den ganzen trümmern überall hab ich mich jetzt erschrocken ach du schande das ist jetzt nicht nur mein rätsel oder ja hallöchen ähm ich befürchte dass das vielleicht doch noch ein bisschen länger gehen könnte hier ich mach hier erstmal noch ein bisschen frei hier ist auch irgendwie eine tröte die man anscheinend benutzen soll aber ich denke mal erst wenn ich die quest jetzt hier angenommen habe ich habe trotzdem schon ein bisschen schiss dass das jetzt hier so ein riesiges rätsel wird ich meine ich kaufe mir extra rätsel spiele aber ich bin jetzt nicht gerade bei disney darauf eingestellt hier irgendwelche komplizierten rätsel zu lösen wobei ich denke mal ich hoffe mal nicht dass es so kompliziert sein wird weil es ist halt disney für jede alter stufen sollte das eigentlich gerecht gemacht sein doch für meine nein also hören wir uns mal an ist so komisch gezeichnet irgendwie bleibt der so oder muss man den seine normale gestalt dann wieder zurückkriegen oh hallo wie bist du hierher gekommen dieser merkwürdige hase starrt dich an ohne einen muskel zu bewegen oder einen laut von sich zu geben äh stimmt nicht der ist die ganze zeit am rumtanzen ach so heißt das das war von also sieht zumindest so aus optisch ist das von wohl disney zu zeiten der stummfilme eventuell gewesen das würde erklären warum der so schwarz weiß gemacht hat ist und warum das hier unten so aussieht weil das sei ja bei den stummfilmen immer so aus äh ok das war seltsam ja hast du einen namen der charmante zeitgenosse fängt an breit zu grinsen mein name ist oswald freut mich dich kennen zu lernen der hasenohrige kerl ach das ist ein hasen hält dir die ohren hin wirst du bist ein bisschen seltsam nicht wahr mit den händen in den hüften fragt der verärgerte hase hey wen nennst du hier seltsam bist du schon lange hier unten der hase lacht oh ja ich bin einmal falsch abgebogen um nach gold zu suchen und seitdem sitze ich hier unten fest weißt du was das für ein ort ist oder wie ich über diese plattform den funken der vorstellungskraft erreichen kann oswald gestikuliert nachdrücklich in richtung der steinbrücke und eines fehlenden hebels der ganze ort muss repariert werden ich schätze das ist alles was ich aus dir heraus bekomme was ich muss nach einer möglichkeit suchen den hebel zu reparieren ja wie soll ich das machen also ich muss hier was einsetzen okay suche etwas den hebel zu reparieren damit kann ich interagieren oh was ist das oh mein gott da kamen ausrufezeichen raus hä befestige den hebel um die nächste plattform zu erreichen btf okay achso es kommt hoch ja oswald hieß du ne wie komme ich denn da links hin es sieht aus als ob wir diese plattform hier irgendwie drehen müssen wenn wir die nächste erreichen wollen früher gab es hier in der mitte eine art rat es braucht einen griff oswald sieht verwirrt aus so verwirrt dass ein fragezeichen auf seinen kopf fragt ah okay dann gucken wir jetzt aber erstmal wo wir hinkommen wenn wir uns hier nicht drehen so erstmal mal kurz was ja was ist das denn alter was ist das denn kann ich die irgendwie fangen aufheben kann ich die ja okay das ist ja mal geil gemacht total verworren irgendwie aber irgendwie auch geil gemacht muss ich sagen ähm okay da waren aber eben noch zwei also da muss ich dann noch eins fangen mach ich aber trotzdem mal eben den weg frei da müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal rüber oder ich bin mir nicht sicher so hier sind viele pergamente oh auch sand sehr schön aufgabe fragezeichen rat ah dann brauchen wir drei von den fliegenden ah okay kann ich da da komme ich noch nicht rum okay eins sehe ich hier aber wo ist dann das dritte ah da oben ich sehe schon ja ich bin leider nicht so schnell aber aber das ist gut wenn du mir entgegen flogen kommst aber du hau nicht ab hier so okay ich möchte aber trotzdem nach links rein um da hoch zu also um da rum zu kommen bin ich mal gespannt wie wir jetzt dahin kommen die brücke sollte sich drehen überlege dir eine lösung mit allem was du finden kannst okay dann stellen wir mal dieses fragezeichen rat her gut ach ne ich muss jetzt wieder zurück muss ich das hier einsetzen ich denke mal oder zum kreis ja da hinten interagieren ah sehr schön er geht schon mal in die mitte ich möchte allerdings erstmal dahin wo ich eben schon die ganze zeit hin wollte folge auswahl zur nächsten plattform ja ja werden wir gleich machen aber wir müssen natürlich erstmal gucken dass wir hier alles erkunden schade dass wir jetzt da nicht hinkommen hm da ist doch auch irgendwas da hinten ist doch irgendwas goldenes das dreht sich jetzt aber nicht ganz ne das kann ich doch nochmal ja ja es geht jetzt zurück okay nein wieso geht das wieder in die ausgangsposition ich will das doch noch einmal drehen okay hier sind auch noch mal steine auswald auswald gestikuliert aufgeregt nach dem funken der vorstellungskraft er runzelt die stirn und sieht sich auf der plattform um ich schätze ich muss mir auch überlegen wie ich das reparieren kann oder es sieht so aus als gäbe es ist ein hebel und ein rad genau wie bei den anderen plattformen ich muss wohl das anwenden was ich vorher gelernt habe um das problem zu lösen das verwirrende rätsel macht auswald stutzig und ein weiteres fragezeichen erscheint aus seinem kopf vor allem aus sei im kopf und ich wecken ah sehr schön hinter mir habe ich auch gerade noch eins gesehen ah da kommen wir dann ja 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 nicht weglaufen so kommt das auch wieder rüber nein das bleibt da hinten okay das bleibt da hinten dann so ist brav okay dann ey wenn man da zwanzig mal gegen läuft ne so dann machen wir jetzt hier das macht dann auch wieder sinn muss man dazu sagen dass das dann direkt nachher geht dann machen wir hier nochmal so ein so ein Dingshebel Fragezeichenhebel oder wie das heißt Fragezeichen Rad Entschuldigung okay ist aber schon geil gemacht das muss ich ja ganz ehrlich sagen es macht schon Laune auch wenn ich null Plan habe wer oder was Oswald überhaupt ist wie gesagt ich habe auch sonst noch nie davon gehört oder das irgendwie gesehen würde aber wenn das jetzt wirklich aus irgendwelchen Stummfilmen wäre ganz von Anfang an würde wäre perfekt um etwas achso die Plattform ja ja klar die Plattform würde das zumindest einiges erklären wollte ich sagen jetzt habe ich total den Faden hier verloren okay also wir kommen hier rüber das heißt wir können ja auch einiges wieder weg machen das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam angehört gerade okay hier kann man aber nichts mehr sonst machen ich denke mal ich denke mal dass wir hier auch nicht mehr rum müssen einmal das Ding hier raus geholt haben so was müssen wir denn machen müssen wir ihn damit dann nochmal erschrecken oder müssen wir das woanders benutzen und die andere Frage ist müssen wir ach ne das ist ja im Endeffekt ja wo führt der uns jetzt hin kann ich das nochmal doch ich kann es nochmal benutzen führt uns dann wieder zurück dahin nutze alles was du gelernt achso wir brauchen den Hebel ah ja genau den Hebel das heißt wenn ich das Ding jetzt hier benutze müsste der eigentlich kann ich nicht benutzen sehr quietschend das Geräusch könnte ein wenig beunruhigend sein ich nehme erstmal das kurz bevor ich das vergesse schwarzer Marmor Kleiderschrank ist zwar lila aber ist okay ja ich kann es nicht benutzen ich kann es so auch nicht wie soll ich das denn auf ihm benutzen dass ich hier interagiere achso da kann ich das hier drauf legen ach ok ist aber schon irgendwie niedlich also das muss man denen ja lassen ok dann kann ich jetzt hier wieder zurück ich glaube ich brauchte nur das Ausrufezeichen oder mehr brauchte ich doch meine ich nicht um hier diesen Hebel zu machen ok Aufgabe ne brauche ich gar nicht oder ich muss das Ding nur da reinstecken ich habe gerade einen Denkfehler gehabt glaube ich einige von euch würden jetzt sagen was ich und denken ok es geht hoch ach dahin ok ok nehm den Funke der Vorstellungskraft auf nehm den Funke der Vorstellungskraft auf nehm den Funke der Vorstellungskraft auf hier bin ich wir müssen reden du bist hier schreibe ich doch nicht so an oh hallo es scheint als hättest du den Funken der Vorstellungskraft gefunden Merlin ich wollte dich gerade suchen gehen ja genau ne ich frag mal wie bist du so schnell hergekommen wie wie bin ich hierher gekommen nun ich bin Merlin ich habe einfach einen meiner langweiligen Tricks angewandt um vor dir zu erscheinen nun dann gib mir den Funke der Vorstellungskraft ich muss einige meiner endlosen Nachforschungen damit anstellen ähm sicher dass es Merlin ist ähm ja 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 mhm er hat sich verraten ich habe nämlich gerade auch schon gedacht dass das Jafar bestimmt ist und ich schwöre feierlich dass ich sie vor dem ruchlosen gerissenen und teuflisch gut aussehenden Jafar beschützen werde wenn du wirklich Merlin bist wie lauten deine magischen Worte aber ich meine magischen Worte sei nicht dumm wir beide wissen genau wie meine magischen Worte lauten also gut dann lass mal hören äh Higeti Higeti du bist also Jafar mhm Jafar was für eine vorsätzliche Anschuldigung sei nicht dumm wenn du mir den Funken nicht geben willst dann nehme ich ihn mir einfach ach mhm 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 Oswald Jafar hat den Funken der Vorstellungskraft gestohlen der Blick von Oswald ist so verwirrt dass man Angst hat ein ganzer Strauß an Fragezeichen aus ihm herausspringt du hast absolut keine Ahnung wovon ich rede oder lass uns hier abhauen ich muss mit Merlin reden dem echten Merlin äh achso da ist der Ausgang mhm oh ha ähm ähm ja ich würde sagen wir haben ein kleines Problem mit der Wirklichkeit ja da das allerdings so wie es aussieht eine neue Quest ist machen wir hier erstmal einen kleinen Cut ich versuche mich nicht allzu sehr zu gruseln vor dem Hintergrund den wir hier haben das erinnert mich so ein bisschen daran als in dem normalen Teil dem Hauptteil als da auch diese Risse überall entstanden sind oh mein Gott äh wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge alles zum einfarbigen Mysterium bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren